Ich mag Memes, ich mag Geschichte, Geschichte Memes, Memegeschichte sichtet Memes. Oh je, kennt den Tipp mir überhaupt noch irgendjemand? Vor ein paar Jahren war der echt eine Zeit lang überall zu sehen. Aber wie das immer so ist mit den Internet Trends, heute viral, morgen vergessen. Was sich allerdings hält, bisher, sind die Memes. Immer wieder in neuer Form, mit neuen Bildern und manchmal sogar neuen Witzen, aber im Internet mittlerweile längst omnipräsent. Und wenn man mal eins davon nicht versteht, gibt es sogar Online-Meme-Lexika, in denen sie erklärt werden und jeder und jede Meme-Begeisterte kann sich Apps zum Erstellen eigener Memes herunterladen und fröhlich drauf losmimieren. Kinofilme, vor allem im Bereich Comedy, werden zunehmend auf ihren Meme-Worth, also die Verwendbarkeit von Szenen und Screenshots als Memes zugeschnitten. Denn wenn dein Film heute zum viralen Meme wird, dann ist der Erfolg nahezu vorprogrammiert. Werbungen für Produkte und sogar politische Standpunkte greifen bereits regelmäßig und wie selbstverständlich Meme-Formate auf und arbeiten sie im eigenen Sinne um, um direkt oder indirekt eine bestimmte Botschaft zu vermitteln. Teilweise beginnen sogar auch schon Kunst- und Gesellschaftswissenschaften, sich mit dem Phänomen zu befassen, da es quasi das ultimative Medium öffentlicher und partizipativer Kunst im Internet darstellt. Denn Memes haben nicht alleine den Zweck, gesehen zu werden und so zu unterhalten, sondern eben auch ganz explizit den, weiterverwendet zu werden und zum Template, also zur beliebten Vorlage für weitere Benutzung in Form neuer Memes zu werden. Alles in allem also eh ein super spannendes Thema, das verspricht auch weiterhin eine wichtige kommunikative Rolle in unserer zunehmend internetbezogenen Gesellschaft zu spielen und manchmal muss man dann eben auch gut aufpassen, was in solchen Memes so alles an unterschwelliger Botschaft mitschwingt, denn nicht alle sind so harmlos, wie sie auf den ersten Blick daherkommen. Bei der Suche nach passenden Memes für dieses Format hier habe ich natürlich diverse Plattformen des World Wide Web durchforstet, aber auch unser Kaptorga-eigener Discord-Channel war eine echte Goldgrube. Solltet ihr den noch nicht kennen, dann schaut gerne mal rein. Den Channel hatte Adam im vergangenen Winter angelegt und innerhalb kürzester Zeit ist dort eine blühende Online-Community entstanden mit mittlerweile zig Threads zu den unterschiedlichsten Themen von Geschichtsnerdismus über Buch- und Filmtipps, Empfehlungen zu Ausstellungen und Fachliteratur, Planung von gemeinsamen Veranstaltungs- oder Museumsbesuchen, eine ganze Rubrik rund ums Reenactment und was nicht alles und unter all diesen schönen Dingen eben auch ein reger Austausch von History-Memes. Ich war und bin noch immer einfach beeindruckt davon, was dort in so kurzer Zeit entstanden ist und wie viel Austausch dort die ganze Zeit passiert und all das haben die TeilnehmerInnen des Channels, also ihr, liebe Kaptorganten, selbst auf die Beine gestellt und es ist wirklich so schön zu sehen, wie ihr euch als Community organisiert und dabei euren und unseren eigenen Raum geschaffen habt. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, schaut gerne mal vorbei, macht mit und erfreut euch an dieser blühenden Oase des Nicht-Nur-History-Nerd-Tombs. Den Link zu unserem Discord-Channel findet ihr auf unserer Patreon-Seite und den Link dazu hier bei uns in der Videobeschreibung. So, jetzt aber mal ans Eingemachte. Als Opener für dieses Format habe ich mir mal ein Meme rausgesucht, das mir nach stundenlanger Meme-Suche und dem langen, überscrollen sinnloser und völlig hohler Geschichtsmemes im Internet irgendwann einfach aus tiefster Seele sprach. Kurze Übersetzung. Bringt mir Memes! Aber euer Ehren, ich habe hier diese heilige Schrift aus weit entfernten Landen für euch mitgebracht. Meine Aufmerksamkeitsspanne reicht für Bücher aber nicht aus. Ich möchte lediglich ansatzweise amüsante Beschriftungen auf alten Gemälden sehen. Und ja, so habe ich mich oft gefühlt. Gerade als Kunsthistoriker und Geschichts-Nerd gehen natürlich viele Memes, obwohl an sich zwar vielleicht sehr witzig, am Kontext der Vorlage völlig vorbei. Das ist barock, du Simbel! Und da ich in diesem Format genau an dieser Stelle etwas tiefer eintauchen möchte, hielt ich dieses Meme hier für die ideale Eröffnung des HISTORICAL MEME meiner Leise! Und ich fange auch direkt an. Ha! Denn das, was wir hier sehen, ist technisch gesehen überhaupt kein Gemälde, sondern eine Buchmalerei. Und zwar aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Genauer gesagt sehen wir hier das Titelbild der französischen Übersetzung der Hennegau-Chronik von 1447. Das Bild ist die einzige bekannte Miniatur des flämischen Künstlers Rogier van der Weyden oder Rogier van der Weyden. Das Buch wurde in Auftrag gegeben vom Burgunderherzog Philippe Lebon. Philippe Lebon. Also Philippe III. genannt der Gute und die Übersetzung angefertigt vom spätmittelalterlichen Schriftsteller und Übersetzer Jean Wauclin. Wenn ihr jetzt denkt, Hennegau-Chronik nie gehört, nie gesehen, ha, gotcha, eben doch. Die Hennegau-Chronik bzw. ihre Übersetzung von 1447 sehen wir genau hier in diesem Bild auf ihrer eigenen Titelseite dargestellt. Ha! Bookception? Was wir hier sehen, ist die Übergabe der neuen Übersetzung der Hennegau-Chronik durch Jean Wauclin an den Auftraggeber Philippe III. von Burgund. Bei der Party außerdem anwesend. Nicola Rollin, der Kanzler des Burgundischen Herzogtums und zu diesem Zeitpunkt langjährige rechte Hand von Philippe und sogar bereits dessen Vater Johann ohne Furcht bzw. Jean Saint-Pierre. Sorry, ich finde die originalen Namen der Burgunderherzog einfach zu witzig. Das toppt eigentlich nur noch Johann der Gute von Frankreich. Jean Lebon. Nicolas Rollin, seines Zeichens Jurist, war eine Karriereleiter in Person. Geboren um 1376 in eine bürgerliche Familie aus Hautin, trat er in den ersten Jahren des 15. Jahrhunderts seinen Dienst als Anwalt der Herzöge von Burgund an. Nach knapp zwei Jahrzehnten Treuerdienste und intensiven Geldanhäufens für sich und das Herzogtum ernannte ihn Philippe der Gute 1422 zum Kanzler von Burgund und ließ ihn zwei Jahre später sogar zum Ritter schlagen. Kunsthistorikern und Kunsthistorikerinnen ist Rollin neben seiner Rolle als Kanzler außerdem bekannt als einer der bedeutendsten Kunstmärzene seiner Zeit und Region und wegen seiner entsprechend häufigen Cameo-Auftritte in den von ihm selbst gestifteten Bildern der mitunter größten flämischen Künstler seiner Zeit. Ganz nach dem Motto Got money, got pictures. Links daneben sehen wir Bischof Jean Chevreau, der nicht zufällig mit Nicolas Rollin gemeinsam zur Rechten des Herzogs steht. Neben den Herzögen von Valois-Bourgogne stellen diese beiden Herrschaften so ziemlich die reichsten und mächtigsten Figuren des Herzogtums und vermutlich auch ein ganzes Stück darüber hinaus da und waren die engsten Berater Philipps von Burgund. Jean Chevreau studierte an der Universität Paris und erhielt dort bereits mit Mitte 20 den Posten als Rektor. Mit etwa 40 war er Domherr in Besançon, Saint-Marcel de Paris und in Notre-Dame in Beaune, wo übrigens Nicolas Rollin in den 1440er Jahren den Bau des Hospitals Hotel Dieu stiftete, einer Pflegeeinrichtung für Arme und Kranke, die noch bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein als Krankenhaus benutzt wurde. Heute dient das Hotel Dieu zum einen als Altersheim und zum anderen als Museum, das interessante Einblicke in die Krankenpflege der frühen Neuzeit bietet. Im September 1436 wurde Chevreau als Bischof von Tournai eingesetzt. Seine politische Karriere am Burgundischen Hof begann ebenfalls in den 1430er Jahren und er war als Diplomat unter anderem an Verhandlungen mit Heinrich VI. von England beteiligt und 1435 begleitete und unterstützte er Herzog Philipp bei der Aushandlung des Friedens von Arras, der den seit der Ermordung Johann ohne Furchts, Jean Sans Peur, währenden Konflikt zwischen dem französischen Königshaus und seinem burgundischen Seitenzweig Valois-Burgogne beilegte, die englisch-burgundische Allianz im Hundertjährigen Krieg beendete und das Herzogtum Philipps aus der Lehnspflicht gegenüber dem König von Frankreich befreite. Insbesondere Letzteres ermöglichte Burgund das weitere Streben nach dem Status einer unabhängigen Großmacht zwischen dem französischen Königreich im Westen und dem Heiligen Römischen Reich im Osten. Zwar nicht im geometrischen, dafür aber im kompositorischen Zentrum der Darstellung als einziger komplett freistehend und hervorgehoben durch Thron und Baldachin im Hintergrund, der Babo. Philipp der Gute von Valois-Burgogne höchstselbst, dargestellt in einer Reinform der von ihm am burgundischen Hofe eingeführten Mode. Besonders charakteristisch hierfür ist das Farbschema seiner Bekleidung. Schwarz, aber fancy nonetheless. Um den Hals trägt er die Ordenskolane des Ordens vom Goldenen Vlies, ein Ritterorden, den er selbst ins Leben gerufen und gegründet hatte, um die Eliten seines Herzogtums enger aneinander und selbstverständlich an sich selbst als Fürst und Ordenssouverän zu binden. Die jährlichen Ordensfeste waren ein Spektakel ohnegleichen, begleitet von Prozessionen und Paraden, exklusiven und öffentlichen Festmählern, Turnieren und den obligatorischen Armenspeisungen. Ein Feuerwerk der Repräsentation burgundischer Strahlkraft, würdig des seinerzeit reichsten Fürsten Europas. Entsprechend kamen Besucher und Schaulustige oft weit gereist, um an diesem besonderen Ereignis teilhaben zu können. Der in der Wiener Schatzkammer bis heute erhaltene Messornat des Ordens veranschaulicht den Glanz, mit dem sich Philipp der Gute öffentlichkeitswirksam in Szene zu setzen wusste. Trotz seines nahezu unschätzbaren Werts, überliefert sind fast 4000 Livre für die beiden Altarbehänge alleine, kam der flächendeckend mit Goldfaden und seidenen Motiven bestickte Ornat jedoch auch nur einmal jährlich bei den genannten Ordensfesten zum Einsatz, wo sich der Reichtum und das ausgeklügelte Bildprogramm der Stickereien im Ablauf der Ordensmessen zu voller Wirkung entfalteten. Aber nicht nur in Form solcher Veranstaltungen und modischen Extravaganzen verliehen die Burgunderherzöge ihrer Macht und ihrem Wohlstand Ausdruck, sondern auch in der Stiftung von Klöstern und Kunstwerken, zum Beispiel der Kathause von Jean Moll und den darin enthaltenen Kunstschätzen wie die Grabmäler von Philipp dem Kühnen, Philipp Luardi, Johann Ohnefurcht, Jean-Sompeur und dessen Gemahlin Margarete von Bayern oder dem von Klaus Luther angefertigten Mosesbrunnen, der ein absolut herausragendes und zukunftsweisendes Exemplar spätgotischer Bildhauerei darstellt. Auch die Übersetzung der Hennegau-Chronik ist ein Mittel politischer Inszenierung. Das Hennegau oder französisch Hainaut ist eine Region im heutigen Grenzbereich zwischen Frankreich und Belgien. In den burgundischen Besitz kam die damalige Grafschaft Hennegau 1433 nach längeren Erbstreitigkeiten zwischen Philipp von Burgund und Jakobert von Straubing-Holland aus einer Seitenlinie der Wittelsbacher. Jakobert erhob in weiblicher Erbfolge Anspruch auf die Grafschaft ihres Vaters, und wurde dabei vom lokalen Adel unterstützt, während ihr kinderloser Onkel Johann ohne Gnade hingegen während seiner kurzen Regierungszeit über das Hennegau Philipp von Burgund zu seinem Nachfolger ernannt hatte. Philipp setzte sich letztendlich mit Methoden durch, die seinem Beinamen nur mäßig gerecht wurden. Um Jakobert zum Verzicht auf ihren Anspruch zu zwingen, ließ er kurzerhand ihren Ehemann Frank von Borselen entführen und erpresste so Jakobert, die daraufhin im sogenannten Hager-Vertrag die Grafschaften Holland-Seeland und Hennegau an ihn abtrat. Philipp Lecom Für Burgund stellten diese neu hinzugewonnenen Regionen einen immensen Erfolg dar, da sie die nördlichen Besitzungen nicht nur flächenmäßig erweiterten und eine weitere Annäherung der verstreuten Besitzungen erzeugte, sondern da nun auch die durch Seehandel, Kunst und Handwerk blühende Wirtschaft der Regionen ebenfalls in die Taschen der Herzöge von Valois-Burgogne arbeitete. Die Hennegau-Chronik ist eine ursprünglich auf Latein verfasste Geschichte der Grafschaft, geschrieben Ende des 14. Jahrhunderts vom Geschichtsschreiber Jacques de Guise. Die Historienerzählung seiner Annales Historiae Illustrium Principum Hanonie reicht von den mythologischen Ursprüngen der Grafschaft bis etwa in die Mitte des 13. Jahrhunderts. Obwohl die Hennegau-Chronik heute als Hauptwerk von Jacques de Guise gilt, erreichte sie Zeit seines Lebens keine größere Bekanntheit. Erst durch die von Philipp von Burgund in Auftrag gegebene und von Jean Vauclin ausgeführte Übersetzung ins Mittelfranzösische fand sie eine größere Verbreitung. Ein politisches Mittel ist die Hennegau-Chronik für Philipp von Burgund gleich in zweierlei Hinsicht gewesen. Einerseits bringt er durch die Bestellung der reich illuminierten und immens teuren Übersetzung der Grafschaft Hennegau und ihrem ortsansässigen Adel, der ja eigentlich Jakobea als Erbin bevorzugt hätte, eine große Wertschätzung und Versöhnlichkeit entgegen und verschafft ihrer eigenen Geschichtsschreibung durch einen ebenfalls aus dem Hennegau stammenden Schriftsteller eine größere Bekanntschaft und ein hochwertiges Medium der Verbreitung. Andererseits ist der in seinem Auftrag angefertigte Kodex auch ein Mittel der symbolischen Vereinnahmung. Das zeigt sich schon alleine an den Verzierungen der Seitenränder, die gespickt sind mit den persönlichen Emblemen Philipps des Guten, ein funkenschlagendes Feuereisen auf einem Feuerstein. Aber auch die Abbildung spricht Bände darüber, mit welchen Intentionen Philipp dieses Buch eben auch in Auftrag gegeben hatte. Der Hennegauer Jean Vaucelin überreicht Philipp auf seinen Knien die gesamte Geschichte seiner Heimat, wodurch natürlich ein klarer Anspruch formuliert wird, wie das Verhältnis zwischen Herzog und Hennegau auszusehen haben wird und außerdem wird hierbei im Bild auch ein symbolischer Akt inszeniert, bei welchem das Hennegau selbst quasi pars prototo an den Herzog überreicht wird. Der Hund auf dem Boden ist nicht nur in der spätmittelalterlichen Kunst ein beliebtes und weit verbreitetes Symbol für Treue. Er ruht am Boden und bekräftigt so Philipps klare Erwartungshaltung, wie das Hennegau sich ihm als neuem Herrn gegenüber positionieren sollte. Friedlich und in treuer Freundschaft und Ergebenheit. Gefälligst! Damit fehlt uns auf der Miniatur nur noch einer der Hauptakteure. The Boy! Der Junge zu Philipps Linken ist sein Sohn und Erbe Karl. Auch seine Anwesenheit ist hier kein Zufall, denn das Bild entstand natürlich lange vor der Übergabe des Buches an Philipp von Burgund, sofern die überhaupt in dieser Form jemals stattgefunden hat. Als Nachfolger auf den burgundischen Herzogtitel gilt der formulierte Anspruch gegenüber dem Hennegau somit ganz unmissverständlich, auch im Hinblick auf ihn und seine zukünftige Regentschaft. In der Schweiz ist die darauf folgende Reihe von Schlachten bis heute als Burgunderkrieg bekannt. Bereits in der Schlacht von Grandson erlitt das burgundische Heer sowohl blutige als auch massive finanzielle Verluste, denn Karl der Kühne hatte, seinem Beinamen alle Ehre machend, allerlei Schätze, darunter wertvolle Tapisserien und Kunstgegenstände im Tross mitgeführt. Also falls ihr euch wundert, warum eine der größten Sammlungen burgundischer Kunstschätze heute in Bern zu bewundern ist, that's why! Später wurden die Burgunder bei Nancy erneut zur Konfrontation gezwungen und erlitten eine fatale Niederlage, der auch Karl selbst zum Opfer fiel. Über seine einzige Tochter Maria und deren Hochzeit mit Maximilian von Österreich wurde Burgund schließlich zum überwiegenden Teil der Habsburgischen Hausmacht zugeführt und Karl der Kühne sollte der letzte Burgunderherzog gewesen sein. Hand aufs Herz, war das jemand von euch? Nice. Aber mal im Ernst, wer von euch hätte gedacht, dass aus so einem schnöden Meme so viel Geschichte rauszuquetschen ist und das alles innerhalb einer erforderlichen Aufmerksamkeitsspanne von nur gut einer Viertelstunde? Mir hat's auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Wenn dem so ist, dann hier nochmal von mir der Appell. Kommt vorbei auf Discord, bombardiert uns mit lustigen Geschichtsmemes, postet sie in den Thread und seid euch sicher, ich werde sie dort finden. Ansonsten macht einfach mit und habt Spaß. Der Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dort und bis dahin vergesst bitte nicht fleißig zu liken und zu abonnieren und wenn ihr richtig Bock habt, schaut doch mal auf unserem Patreon-Profil vorbei. Da gibt es noch eine ganze Reihe weiteren Content, der dort nur auf euch wartet. Bis dahin, liebe Leute, alles Liebe und bis zum nächsten Mal bei CUP TALKER VISUALISTORY! Ja, ich hab doch gesagt, ich hätte Spaß. Bye, bye!